Also wir haben jetzt wieder das neue Map Schlachthaus. Ja, aber ohne Ability ist das nervig. Ja, wir machen ganz kurz Speedrun, ganz kurz. Auf schnell, weißt du. Auf schnell, auf schnell. Auf schnell, auf locker. Auf Escape. Also nördlicher Geschiss müssen wir runter. Auf Escape, auf Escape. Ja, bin frei. Ich bin frei. Bubba sägt noch. Voll leid, wir haben noch Zeit. Bubba sägt genau neben uns, krass. So, ich bin nördlicher Abstellraum. Bist du ein bisschen du, Leland? Ja. Ich bin der Chat. Ich bin Chat. Wir brauchen Dietriche. Ja, ja. Ich bin in der roten Map. Okay, Bubba hat mich gesehen. Ich hab'n Dietrich. Chill. Ich weck' erst Opa kurz. Okay, mach. Ich hab' aber nur einen Dietrich gerade, ne? Ja. Ich mach' nördlicher auf. Wir müssen dann eigentlich noch Dietriche holen. Danach. Ja, dann musst du mir mal zeigen, wo. Ja, ja. Ich komm' kurz zum nördlichen. Dann sagst du mir, wo der Dietrich ist. Ey, lass dir Zeit. Das war, das war schneller. Ging's gar nicht. Äh, das war ungelogt. Das war insane. Das war mit, mit allem. Sogar mit Cancel Tag. Mit Cancel. Ja, abbrechen, wenn du ein Drittel hast, damit der Balken direkt wieder runtergegangen ist. Opa wacht nicht auf. Ist der tot? Wir haben alles gelootet. Es ist alles offen, was mit Opa. Okay, hab' zwei Dietrichen. Ja, und dann gehen wir raus. Ja, komm, dann haben wir ab. Ja. Ja. Ist offen. Und los gehen einfach. Ja. Passieren wir hier raus. Aber in die nächste Runde. Ja. Oh, hier ist ja ein Ventil. Ja, jedenfalls es wichtig ist. Ja, I can use it. Oh, oh. Der Hitchhiker ist aber in der Mitte gerade. Ich hab' einen ge- 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 Der Hitchhiker rennt gerade in der Mitte rum. Konny ist auch bei uns. Gleich offen. Letzter. Und Opa ist jetzt auch bei uns. Der kocht auf. Ist offen. Oh, ist offen. Nein, ist das gut. Ich kämpf' gegen ihn. Ich kämpf' gegen ihn. Ja, warte. Der Hitchhiker rennt die Tür auf. Conny weiß, was sie tun muss. Sie rennt nicht zur Tür. Ja, nice. Oh, der weiß tot. Ja, Conny ist an der Tür. Macht gerade auf. Der Opa kommt euch hinterher. Der Hitchhiker offen. Strom ist nicht an hier draußen. Da muss nur noch einer die letzte Tür hacken. Wo ist der Koch? Ja, wo ist der Koch? Der will das verhindern, der will das verhindern. Der ist auch draußen. Der Koch kommt jetzt. Er ist falsch gelaufen. Ich biete mich an. Ich mach Sonitech. Da kommen wir auf mich gehen oder nicht. Nee, der... Du hast Zeit. Er macht die Batterien. Wie lange brauchst du? Wie lange brauchst du? Ich bin gleich fertig. Der braucht länger als ich. Der braucht länger als ich. Der braucht länger als ich. Ja. Das ist scheiße, 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 scheiße. Ja. Die PayPal ist mit. Sehr gut. Sehr gute Runde, sehr gute Runde Boyboy ist komplett verreckt Ist das gleich wie viele Achievements du hast? Keine Ahnung, kam das als ich noch einen Exit genommen habe oder so? Ich weiß es nicht Du hast einen Side Exit gemacht und hast ein Achievement bekommen Ich war ja, ne ne ich war davor Level 2, bevor ich aus dem Seitenausgang raus bin, aber dass das nirgendswo steht, einer war 9 Schätze unten ist, bin unten Ich bin schon draußen Ich bin am engsten Geld, der hat den Strom noch nicht angemacht, der Idiot Ich seh, wer zum Generator läuft, ich lauf schon raus Alright, alright Ich hab hier, bei mir ist ein Dietrich Dietrich Mietrich, sag ich immer Opa wach Mietmann, wie er schnellst den Opa aufweckt Okay, beide Dietriche Jo, was geht? Mach mal auf Was geht, was geht, was geht? Gut gemacht Ja, komm her und mach die Tür auf Ja Ich hab zwei Messer, ich kann abstechen Okay, sehr gut Stich die Leute ab Warte, ich nutze meine Fähigkeit Ich hör kein Ich hör nur dich Hab jetzt Cooldown relativ lange Hab einen Dietrich geschottet Auf meine, warte, ich hab wieder Ability Ne, absolut Du, gar nichts Nur dich Nur dich Kler Kler hat beide Dietriche verkackt Okay, wir kommen hier nicht raus Alter, ich war bei 99 Habt euch wieder zwei? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier Speedrun verkackt Ich seh wieder, wer gechased wird Ohhhh Hubabubba ist hinter ihm her Dietrich hat verkackt Ich beobachte hier grad nen Mord Wir sollten gehen, der ist sauer Ja Oder wartet einer da oben Nö, wir laufen dann einfach an ihm vorbei Scheiß auf Opa Ich hab, warte, warte Ich hab Wie ist vorne? Oh, hier ist einer Komm wieder rein Wie denn? Wie denn? Ich hab grad irgendwie mit dem Auslaufen Ey, es ist offen, es ist offen Ja, dann geh Ich kann nicht rennen Tackle ihn Hab ich schon Oh oh, das wird verdammt knapp Das sag ich dir Auch weil ich ausblute Oh nein 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 Ich sterbe an der Linie Du bist wirklich auf der Linie tot? Ey, ich bin auf der Linie tot Der hat auch wieder am Fenster gecampt Hä, die wissen, was wir machen Neue Speedrun Tag dann für uns Nächste Runde Okay, welche? Äh, wir wissen Ja, ja genau, wir wissen wo die Fuses sind Es gibt drei Spawnpunkte Ich kenn alle drei Wir machen direkt Fuse Speedrun Hier oben deckt ja wohl keiner Genau, weil hier oben deckt ja wirklich kein Mensch Ich brauch nur nen Dietrich Aber Dietrich gibt's hier oben nicht Keine Dietrich im Obergeschoss Wofür brauchst du denn Dietrich? Ja, das Ding ist zu Guck mal, die werden jetzt denken Ich bin rausgerannt Deswegen mach ich einfach Lärm Weil drauf geschissen Jetzt denken die Ich bin hinten raus Keiner wird nach oben rennen Oh mein Gott Der wird ja nie hochgehen Das wär super doof Hallo, da unten läuft wer Ist aber nicht schlimm Ja, bin ich jetzt mal gespannt Jetzt wird's schwierig Das musst du erst mal schaffen Das ist Mathe Okay, was hast du? Was ist es? Ähm Ja, die neun unten Blaue nach oben links Das wollte ich nicht Blaue nach oben links So Ja, und das Die rote 1 unten rechts Das ist unten links und rechts Da, genau Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht Äh, jetzt wird nicht so rausgetappt Sondern willst du jetzt den Weg sehen? Ja, willst du den Weg sehen? Ja, willst du den Weg sehen? Ja, zeig mir Ist bestimmt noch abgeschlossen Ich glaub ich hab Ich glaub es ist abgeschlossen Das wär schlecht übrigens Warte, falls ab... Auf Speedrun Auf Speedrun angelegt Keiner wird denken, dass ich in den Keller einbreche Ja eben Das wär... Und bricht da doch Das wär ja super doof Ja, wer bricht denn Wer bricht denn runter in den Keller ein? Nein, das glaub ich hinter dir Ja, der Opa ist bei dir Das ist schlecht Aber wie ist das? Brauchst man dann ne neue Sicherung? Ja, wahrscheinlich Aber it's never over till it's over Okay Ist das ne Falle? Ja Never over till it's over Okay Wollen wir mal gucken It's never over till it's over Weiß ich nicht Der, der sieht genau da gerade aus Ja Oh, die ist auch grün Oh, die piept schon Die piept schon Sie ist grad zugegangen wieder Und äh, Conny ist einfach... Conny ist so einfach gestorben Conny ist in die Falle gerannt In die ich war An der ich grad vorbeigelaufen bin Die dachte so... Die dachte so... Ah, der kam grad runter Dann geh ich einfach hoch Also das ist auf jeden Fall gut möglich Dass die das jetzt echt die ganze Zeit kontern Dass die da am Fenster warten Ja, aber dann machen wir Fuse Speedrun Fuse geht ja noch schneller Fuse geht schneller, denk ich Dann haben wir auch unseren Speedrun Wir haben jetzt immer Speedrun Ja, ja, ja Speedrun, Speedrun Okay, wir machen jetzt Escape-Squeak Und dann, wie oft schaffen wir es rauszukommen Ohne zu sterben In a row Back to back Willst du dir jetzt zugucken? Ne, ich glaub, die staved mir wieder zu lange Ja Ja, die ist wieder... Ist grad noch in ne Falle gelaufen Ja, gut Also heute sind die lustigsten Sachen passiert Also die lustigsten Zufälle So, richtig geile Sache war dabei Okay, dann mach dich bereit Mach die Uhr an Ich spamm schon Ja, wir... Wir hätten halt... Chat und Conny brauchen wir Ja, Chat und Conny Dann haben wir wirklich ultimative Tools Okay, ich bin nochmal oben an die... An die Fesseln gesprungen Frei? Bin frei? Ich war offensichtlich zuerst Opa Speedrun, Opa Speedrun, komm Okay Oh, die eine macht seriös Neben uns die Connys Level 5 und spielt seriös Okay Ich hab ein Messer schonmal Ich brauch noch einen Dietrich Ja, ich hab Dietrich Hier sind Mainraum wieder Mainraum, okay Okay Bei mir ist wer anderes Irgendwie so der... Der... Der schlechter Okay Ich hab... Ich hab ein Problem Bei mir ist eine Tür zu Und es steht zu knallen dran Oh, bevor Bubba kommt Muss ich aber den Dietrich noch mitnehmen Sorry Bubba Ist Main Door offen? Nein, noch nicht Dauert noch Wer geht von uns rechts in die Küche Und wer guckt links? Ich gucke links Okay Lange brauchst du denn... Man merkt, dass du nicht Conny bist Guck, ob da eine Falle liegt Nee, keine Falle Keine Falle Ich geh nach rechts direkt Guck, ob links... Lauf durch die Wohnzimmer durch Ja Ich hab keine Sicherung bei mir Ist ein blaues Leuchte an der Wand Jaja Bei Opa ist nix Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab auch eine... Ich hab... Okay Es gibt also mehrere Ja, ja, genau Zwei Stück pro Runde Okay, ich hab gerade... Ich geh hoch Ja, ich geh schon hoch Und ich geh runter mit Bubba? Ja Okay, bin unten mit Bubba Hab ihn untergelockt Ja, Sicherung ist gleich drin Kannst raus? Okay, ja, kann hin Nein Ihr seid einfach hoch Und der Sprüge Ja, ich kam runter Ja, ich komm unter Scheuuuuut Freedom Über die alleine einso Wow Was? Wow Dasel way Bist du in eine Falle reingenatscht? oder was? Nene, ich bin Sonny. Der hängt ja wohl nicht als ich einen guten Charakter ab. Die anderen sind übrigens, einer ist draußen. Einer will den Hauptausgang nehmen, aber der Strom ist an. Oh boy. Oh boy. Wir sind einfach raus. Oh my God. Einfach den Sicherungs-Speedrun. Sicherungs-Speedrun, viel besser. Conny ist draußen, aber der Strom ist an. Und Dad holt sich grad ein Ventil. Die brauchen noch eine Weile. Also Sicherungs-Speedrun ist sicherer, weil du gehst ja nicht auf den Hitchhiker. Der ist halt draußen. Aber wir kommen nie raus. Ja, also ich muss wirklich sagen, da achtet auch keiner drauf. Das ist ja ein Ausgang, der ist unten im Keller. Da achtet keine Sau drauf. Und die machen hier wieder seriös? Der Bubba denkt sich, ich konnte nie raus. Hitchhiker hat bestimmt nicht in Strom angemacht. Oh, doch hat er. Oh my God, die sind ganz schnell. Hitchhiker, die sacken aber auf den Arsch. Was hat Chad denn vor? Oh. Da sagt grad einer, da sagt grad ein Viewer was. Was actually key true ist. Man kann mit dem Dietrich ja noch schneller sein, weil du kühlst ja ab. Das heißt, du kannst einfach den Prozess des Aufwarns kurz abbrechen und insel wieder ran. Dann bist du ja sofort abgekühlt. Hä, das hab ich doch gesagt. Das mein ich doch mit Dietrich-Tag. Das ist das, was ich immer mach mit den anderen Chars. Nach einem Dritten abbrechen und wieder ran. Nein, nein. Das hab ich auch. Das mach ich die ganze Zeit. Da bist du auf ne Hammer-Idee gekommen. Das machen wir gleich so. Mit abbrechen und wieder ran gehen mit der Tag. Bei einem. Dann nennen wir die Klör-Tag, weil ich hab das eigentlich nicht gemacht. Nein. Das ist die Klör-Tag. Nix. Das hab ich schon gecallt. Ja, du meinst so mit E, 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 E. Nein. Nein. Ja gut. Oh, die Teabank-Bubba. Die Teabank-Bubba. Okay, krass. Chad ist noch aufgedeckt im Raum. Was macht Chad? Jeder kann ihn sehen. Jeder. Chad, bitte. Chad. Chad denkt sich, wie können alle Ausgänge auf sein und ich find keinen. Chad hat ein richtiges Problem. Er ist wieder unten im Basement. Und sie verarscht, Bubba. Sie verarscht, Bubba. Oh, sie verarscht. Okay. Aber Chad hat diesmal... Boah, wenn wir jetzt hier auch noch mit Ventil abhauen, dann haben die aber alles abbekommen. Also, wenn Chad hier nämlich Seitenausgang aufmacht. Normaler... Normaler... Und der Sicherungsausgang und Ventil. Er sieht das... Er macht Ventil. Oh nein, der Koch ist da. Er muss den Koch so juken, dass er denkt, er ist wieder reingelaufen. Jetzt einen kleinen Vault. Oh oh. Der Koch ist schon außen rum gelaufen. Und jetzt ducken. Oh. Und Chad macht wieder Keller-Gaming. Der wird nochmal voll ein... ...von ein Klatsch. Da muss er jetzt einfach warten kurz. Ja, genau. Einfach warten und dann wieder hoch. Oh. FUV-Tech geht da... Der Koch kriegt nen Kill. Hahahaha. 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 Der Chad verliert gegen Koch. Chad verliert gegen Koch. Unangenehm, muss ich echt sagen. Okay, also ich will das mal ausprobieren mit der... Mit der... Mit der Klörtek. Nix Klörtek. Ich will die Klörtek nicht probieren. Nein. Ja, da muss ich jetzt noch eine ausdenken. Ja, hab ich ja gerade. Klörtek. Das heißt, mach mir einfach ein F, Marco. Dann kann ich ja gar nicht verlieren. Also du müsstest ja eigentlich Messer holen und ich Dietriche. Aber du brauchst halt Perfect Spawn für Dietriche. Okay. Boah, ich brauch ja viel länger als... Conny da. Ja. Natürlich, Männer sind viel stärker hier. Kannst du dich gleich befreien. Opa ist... Speedrun? Speedrun in Opa, was? Oh mein Gott, Opa ist... Ich hab einen Dietrich. Der hat jetzt erst geschrien. Ich hab zwei Dietriche. Ich geh zur Main Door. Ich mach nen Fast Vault. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind die Knochen? Äh, ist egal. Wir gehen hoch. Die haben noch gar nix. Okay. Okay. Ich offen. Komm jetzt. Perfekte Sicherung Spawn. Hier direkt rechts. Ja. Ich hab keine Ausnahme wegen Ability. Da ist... Hallo Koch. Ich muss hier durch. Sicherung ist direkt hier. Ich hab die Sicherung. Ja, hau den Koch rum. Ja, hau den Koch rum. Ich hab die Sicherung. Der Bub hat keine Chainsaw an. Ich geh nach oben. Ich bin schon auf dem Weg zum Kasten. Ja, ich leg die ab. Ich leg die ab. Ich sag dir, wenn du wieder runter gehen kannst. Ich bin bei der anderen Tür. Ja, ja. Ich sag dir, wenn du runter gehen kannst. Ich mach auf. Okay, warte. Ich mach deine Tür laut auf, dass sie zu mir kommen. Ich bin schon an der Sicherung dran. Kann schon runter gehen. Passt. Okay, ich geh runter. Warte, warte, warte. Warte mal. Die Tür ist doch gar nicht offen. Moment. Wir müssen den anderen ausklagen. Wir müssen den normalen eingeben. Ja, ja. Stimmt. Wir haben die falsche Tür aufgemacht. Ja, ja. Du musst wieder runter. Okay, bin unten? Ja, kannst raus. Kannst raus. Wo ist die Tür? Ich seh sie nicht. Da. Ja, dann tschüss. Der Hinscheiker. Strom ist an, ihr Versager. Also Strom haben wir schon mal. So richtig. So richtig. So richtig. So. Also die Autobatterie. Wollen wir mal gucken, was denn da zu sagen? Und ich bin auch. Der Koch hat gar noch den Garten abgeschlossen. So. Hinten sind ganz viele Loks. Hier. Ey, Sonny wartet vor der Tür. Der Idiot wartet. Oh mein Gott, er weiß nicht, dass die Tür zugeht. Sonny ist doch. Er muss. Er hört es. Er hört es. Er kriegt ein Soundcue. Ja, aber guck, ob er es rafft. Ja. Okay, geh raus. Drei Leute raus. Oh mein Gott. Drei. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Die gerade so. Die gerade so. Lass es passen. Da hat der Hitchhiker wieder keinen Strom angemacht, Mann. Die sind da. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese Hitchhiker, die spawnen doch beim Generator. Können die die nicht sofort anmachen? Boah, wenn ich jetzt koch bin, mach ich auch den Generator. Das geht mir so auf den Sack. Und die rennt zu einem elektrisierten Sound. Perfekt. Da kommt einfach und sagt, du kannst raus. So instant. Ey, das war perfekt. Die Sicherung war direkt rechts durch den Spalt. Ich bin Treppe hoch, rechts durch den Spalt. Ich mach noch einen Shouldermash gegen den von hinten. Jetzt hoppelt der Doktor dahinter, ja. Aber den kann nicht raus. Wetten, die machen das weg. Der Entwickler hat das ja letztens. Die sehen das. Die sehen das. Die haben diesen Clip bekommen und okay. Aber in den nächsten zwei Tagen wird das nicht weggemacht. Oh, da sind alle. Schade, Anna. Ja, schade, Anna. Schade, Anna. Der Kellerausgang war offen für alle. Und auch nicht genommen, keine Lust. Oh, juke, juke, juke. Oh, spin or die? Letzter Hit. Oh. Ja, überlebt sie immer, ne? Ich glaube, kannst du nicht sterben. Ja. 50%. Patz. Jetzt ist sie wieder unten. Und das ist er komplett alleine. Oh. Ist das köstlich. Diese Anlage war nach oben. Oh, du kannst raus. Nach 30 Sekunden. Ich hab niedrig. Ich hab die Sicherung. Und du kannst raus, geh schon mal runter. Ich hoffe, der Koch schließt drinnen ab. Und Bubba macht gut Stress. Dann haben wir die. Wenn der Bubba da unten Stress macht. Boah, guck mal. Wie stell unser Obermach mal. Der Bubba macht da unten einen guten Job. Der will was richtig lernen da unten. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, ey, Bubba. Nicht schlecht. Ich glaub, der Bubba spielt noch gar nicht mehr. Das ist einfach geliebt. Oh, Infinite Loop. Aber macht Lärm, um seinen Maid zu unterzulocken. Ein Hit ist ein Hit. Oh. Oh. Kostet Blut. Oh. Gleich fällt sie einfach um. Ja, gleich kriegt sie um. Und der Koch kriegt einen Kill. Oh. Oh. Tote. Neck. Das war's. Spiel vorbei. Anna Tote. Ich weiß nicht, was sie hat. Das war doch eigentlich voll einfach. Die Türen waren doch so gut wie offen. Hä, die Tür war doch um 30 Sekunden. Ist ihre Schuld, wenn sie drinnen bleibt. Warum hab ich so wenig Punkte? Warum haben die mehr? Ja. Ja, du kriegst halt Punkte für Sachen machen. Wahrscheinlich nicht für Escape. Ah, das geht los. Lass immer dafür jetzt absolut speedrun. Das wär schon nice, wenn er jetzt dafür einfach gar nichts macht. Ja. Er sitzt draußen und keiner kommt raus zu ihm. Ja. Kein Juck, was er macht. Da hätte er umgespeedrunnt, ne? Der Opa deckt manchmal die Survivor auf. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Die Pepo-Düner. Also, Dietrich hier holen. Du holst die Tür direkt auf. Gotti. Ich weiß, welchen Spawn ich hab. Das heißt, hier ist ein Dietrich. Kein Dietrich hier. Warte, warte, aber hier hinter. Ja. Dann aber... Ja, ja, geht da drum. Dann links. Komm, da muss einer sein. Ist da einer? Ja, ist einer. Okay. Push, push, push. Los, hol Opa. Geh du schon mal zur Tür. Ich brauch nur die zwei. Du brauchst ja nur einen. Hört, war nicht so schnell wie die letzte Runde enttäuschen. Ist Bubba bei uns? Ja, dann geht links durch den Schlitz. Ja, ja. Bubba geht die hinterher. Loop ihn da ein bisschen. Nein, der kann ja nicht... Ne, der ist bei mir nicht. Der passt bei mir nicht. Ich bin der Fall. Ja, ja, da links wird Chat gekillt. Chat ist tot. Wie lange brauchst du noch? Wie lange brauchst du noch? Wann ist gleich? Er kommt. Ja, mach auf. Du hast verkackt, oder? Ja. Er sieht's nicht. Er sieht's nicht. Er sieht's nicht. Er sieht's nicht. Er ist weg. Ja, ich geh links, du rechts. Ja. Bei mir ist die Sicherung. Du musst also ablenken. Ja. Ja, ich leg ab. Boah, ob er sich ablenken lässt. Mach ein bisschen Lärm hier. Ich bin dran. Okay. Kannst raus. Können wir nicht. Warum nicht? Ist egal. Geht links durch die Küche, links durch die Wand. Hier, komm mit. Mir nach. Hier durch. Okay. Und dann gehen wir trotzdem raus. Das ist doch gar keiner. Mir nach. Rechts rum. Dann rechts durch die Wand. Und dann sind wir da. Gar kein Problem. Selbst mit der langsamen Tür. Gar kein Problem. Boah, ist glaube ich schon hier, oder? Boah, ist kein Problem. Ist keiner. Boah, ich würde da gern vorbei. Dankeschön. Ja, schau mir das zurück. Boah, alles gut. Boah, schieb dich bitte. Boah, ich würde da raus. Wie hat er vorstehen? Kein Problem. Ich bin so frei wie die Flupflup. Die Tür. Boah. Conny wartet ab. Sie schafft es nicht. Ah, die denkt auch, dass die Tür... Vor allem, die hat doch gesehen, wie wir rausgerannt sind. Sie hat das doch mit gewitness. Ah, die Tür ist zu. Boah. Boah. Was ist das für ein Sound? Hörst du das auch? Ja. Aggressive, natürlich. Da hat Bubba gegen die Tür. Ey, sau gut gemacht, Conny. Sau gut gemacht. Kein Problem. Warte da noch. Ja, wir brauchen ein Messer dafür, falls Bubba blockt. Jetzt geht sie gucken. Oh mein Gott, die Tür. Oh, jawoll. Die sind weg, die Idioten. Die sind weggegangen, ich schleiche mich da jetzt einfach raus. Hmmm, was ist denn dieses rote Licht? Tö them. Ich hab noch keine Realisierung. Noch nicht, noch nicht, kann man ja aufmachen. Ja, es macht gerade noch Abbemäste. Doch nicht. War die nicht gerade,yk. Ich meine, ich hab das doch gerade noch gesehen. Ja, vorerst an, dör Fighter, ich hab keine Ahnung wie ist, wie man hochkommt. Heute eine Minute Abbessehans, kurz raus. Ja, ich glaube, auf Conny müssen wir nicht warten. Ich glaube, ich glaube, die Conny hat verloren. Bin ready, bin ready, bin ready. Okay.